Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zu einer neuen Ausgabe der Medienlupe mit Peter Lewandowski grüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Lewandowski. Guten Tag, Herr Müller. Geht es Ihnen gut? Vielen Dank. Herr Lewandowski. Ich sagte den Umständen entsprechend. Genau, die Umstände sind ja nicht die allerbesten, weil der Krieg in der Ukraine tobt ja unverändert fort, wobei bemerkenswerterweise die Ukrainer viel länger Widerstand leisten, als am Anfang gedacht wurde. Immer noch stark kritisiert wird Bundeskanzler oder Zauderkanzler Olaf Scholz, aber am 1. Mai hat er nun auf einer Kundgebung mal Kontra geheben. Er hat auf Pfiffe und Buhrufe extrem lautstark reagiert und wurde dafür abgefeiert. Wenn man die Tonaufnahmen hört, dann muss man sagen, er hat da rumgebrüllt, um die zu übertönen. Ist das jetzt der starke Auftritt gewesen, den Sie von einem Bundeskanzler im Krieg erhoffen, erwarten? Er hat zumindest meine Klarheit gezeigt, dass er auf einmal laut war oder wurde, weil es ja viele Buhrufe und Pfiffe einfach gab. Fand ich trotzdem bemerkenswert, als hätte er sich durch seine Lautstark, das passt ja überhaupt nicht zu seinem Charakter, erstmal befreit. Aber wenn man seine Körpersprache sieht, er hat mit dem Zeigefinger gearbeitet und auf die Leute auch gezeigt. Und er ist von sich weiterhin überzeugt und mittlerweile ist er ja in der Beliebtheit nicht so groß angesehen. Da gibt es ja auch so ein Gap in diesen Meinungsumfragen. Aber ich glaube, über 60 Prozent der Deutschen schätzen trotzdem noch seine Besonnenheit, finden aber die Art der Kommunikation schlecht. Also das ist auch so ein bipolares Verhältnis. Und ich habe dazu keine abschließende Meinung, bis auf die Kommunikation darüber haben wir ja schon öfters geredet. Und ob es jetzt einen Wartbruch gab und einen Tag später gibt es doch die schweren Waffen. Es gab eine gemeinsame Entscheidung in einem internationalen Verbund aus meiner Sicht heraus. Und dann ist es auch gut und er wollte ja vermeiden, dass Deutschland in irgendeiner Form von alleine vorprescht. Und die Niederlande haben eben keine Panzer geliefert und die anderen auch nicht. Und das muss man halt einfach auch mal zur Kenntnis nehmen. Auf die Ampelregierung komme ich gleich nochmal zurück. Lasse mich noch einen Satz bei Olaf Scholz bleiben. Time hat mit einem Titel Olaf Scholz aufgemacht und der Artikel hat auch wieder von Srauda Kanzler geschrieben. Aber das Bild fand ich bemerkenswert. Er steht da irgendwie verhockt, blickt irgendwo hin, als ob er gar nicht wüsste, was er da eigentlich soll. Und ein paar Tage später erschien das Time-Magazin mit dem Titelfoto von Volodymyr Zelensky. Nur in Schwarz- und Grautönen, sehr prägnant, sehr männlich, sehr entschieden. Inwieweit, Sie sind ja Blattmacher, inwieweit bestimmen Bilder solche Geschichten? Braucht es da noch viele Worte? Bilder bedürfen immer vieler Worte in meinen Augen. Weil wir eine neue Bildpädagogik tatsächlich für uns lernen müssen. Wir haben das erlebt bei dem Wahlkampf von Herrn Laschet und dieses berühmte Lachen. Und wir haben auch darüber schon mal geredet, wenn er das relativ schnell aufgeklärt hätte, dann hätte es nicht tausende von Interpretationen gegeben. Der Titel in der Time wurde, hat polarisiert. Also ich sage mal so, die FAZ oder die Bild-Zeitung, dann war es nur der Zau der Kanzler und die Amerikaner geben uns Recht. Aber der Artikel ist dann nur zum Teil richtig wiedergegeben worden, weil Scholz steht für ein verändertes Deutschland oder für ein Deutschland, das sich tatsächlich verändern muss und sich in einer neuen Rolle tatsächlich finden muss. Also es war nicht nur ein Anti-Kanzler-Titel, sondern es war auch eine Geschichte über ein Land, das von einem Kanzler repräsentiert wird, das sich momentan in einem extremen Umbruch befindet. Und für diesen Umbruch, auch mit dem Zaudern und dieser Kommunikationsproblem, dafür steht auch Herr Scholz. Wir merken jetzt ja auf einmal, dass wir auf einmal ganz andere Diskussionen auch kriegen. Ein schwarzer offener Brief, schwere Waffen, ja oder nein. Es geht so eine Kakophonie einfach los und das bezeichne ich dann als diese großen Mikro-Themen, wo die Sachlichkeit ein Stück tatsächlich verloren geht und jeder hat noch was zu sagen. Und jeder fährt jetzt noch, ich fahre mit meinem Hund, zahle ich jetzt auch noch in die Ukraine, um dort vorstellig zu werden, um Staatsverantwortung als Bürger zu zeigen. Also wir reden dann über einen Ausflug von Herrn Merz nach Kiew, wo ich sage, dann lasst ihn fahren, aber lasst uns das auch nicht nochmal weiter groß diskutieren, weil es hat überhaupt keine Relevanz. Am Wochenende war der kleine Parteitag der Partei Bündnis 90 Grüne. Dort hat Omid Norikor eine Rede gehalten, den Krieg in der Ukraine verurteilt, Russland verurteilt. Er hat sich hinter das 100-Billiarden-Paket, das die Bundesregierung schnüren will, für die Bundeswehr gestellt. Er hat gesagt, dass er unterstützt, dass schwere Waffen an die Ukraine geliefert werden. Aber das 2-Prozent-Ziel der NATO, also 2 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, müssten aufgewendet werden für den Wehretat. Das würden die Grünen ablehnen, weil das würde nicht funktionieren. In den Titeln der meisten Medien hieß es nur, Grüne unterstützen die Lieferung von Waffen, Grüne unterstützen das 100-Billiarden-Paket. Aber von der Ablehnung des Kernvorhabens der Bundesregierung, nämlich die Bundeswehr langfristig, nicht mit einer Einmalzahlung, sondern langfristig mit 2 Prozent des Inlandsproduktes auszustatten, war da nichts zu lesen. Schreibt da einer vom anderen ab oder überhören die das oder warum schreiben die das nicht? Weil das ist ja ein echtes Verwürfnis. Wenn die Grünen nicht zustimmen, hat die Bundesregierung ja schon mal nicht mal mehr eine einfache Mehrheit, von der Zweidrittelmehrheit ganz zu schweigen. Also A, werden die Grünen zustimmen, aber B, gebe ich Ihnen recht, das ist unter den Tisch gefallen, das hätte auch eine neue Diskussion tatsächlich aufleben lassen können. Was er vermutlich damit meinte, um ihn verteidigen zu wollen, ist tatsächlich, wir die Grünen sind eine Friedenspartei, ich bin der neue Parteivorsitzende. Das kann man ja auch mal alles so aufgreifen von dieser Psychologie dieses Mannes her. Und er hat ja auch noch mal gesagt, wir Grüne werden immer für den Frieden stehen. Ich interpretiere das so, dass er noch mal ein 2-Prozent-Ziel in Frage stellt, um in eine Diskussion zu kommen, wie sinnvoll ist das und wie hoch wäre dann der Wär-Etat tatsächlich? Weil wir haben ja auch ein sehr hohes Bruttoinlandsprodukt, darf man ja auch nicht vergessen. Das war ja immer die Argumentation der bisherigen oder vorhergehenden Regierung, dass wir schon wahnsinnig viel leisten, auch wenn es nicht ganz gestimmt hat. Also geht es auch darum, die werden wir künftig Gelder tatsächlich verteilen. Das kann man diskutieren. Das gehört aber momentan nicht in das Mindset der Diskussion, auch nicht bei den Medien. Das muss ich ganz offen sagen, wo es nur darum geht, schwere Waffen nicht oder nicht oder ja. Und zaudert der Kanzler oder man muss ja schon vorsichtig sein, wenn in der Süddeutschen Zeitung Herr Habermas dann auf einmal einen Kanzler umsichtig nennt und nicht zaudern. Dann guckt man sich die Kommentare in den Leserspalten an. Das ist ja auch schon alles ganz, ganz schrecklich. Und wir sind in diesem Lager drin, wie wir es in der Pandemie waren. Und das ist ganz, ganz schwierig und spricht nicht für eine offene Kultur, die wir haben. Ich gebe Ihnen aber recht, den Medien ist ein Vorwurf zu machen. Kurz anderes Thema. Ich wollte heute schon beim Deutschlandfunk anrufen, nachdem in einer Sendung über unsere Verantwortung mit einem Soziologen über unsere persönliche Verantwortung für den Klimaschutz gesprochen wurde. Und dann die Reporterin sagte, ja, da gab es ja mal einen Bierhersteller, der Geld von jeder Bierkiste für den Regenwald spenden wollte. Und heißt es denn, durch Saufen schaffen schützen wir das Klima. Und das hat mich wirklich wütend gemacht, weil es war alkoholfreies Bier. Ich nenne die Marke auch Kronbach. Und Günther Jauch, der die Werbung gemacht hat, steht für, ich kenne ihn für alles andere als Alkoholgenuss. Und das ist wirklich traurig, dass auch die Medien nicht mehr aus verschiedenen Gründen da genau hinschauen, hinhören, Themen tatsächlich dienen Relevanz haben, aufzugreifen. Einige wenige Tage wurden wir abgelenkt vom Ukraine-Krieg, von der Inflation, von Altersarmut, von allen anderen Problemen, von der Abrodung des Urwaldes in Brasilien. Dadurch, dass Boris Becker mal wieder vor Gericht stand und sein Urteil erwartete, er soll Insolvenzverschleppung begangen haben. Da geht es um einen Rechtsstreit mit einem, der immer einen Kredit gegeben hat. Das ist eine komplizierte, lange Geschichte, die uns jetzt nicht interessieren muss. Aber wie sehr suhlen sich die deutschen Medien und damit auch die Medienkonsumenten im Leid der Stars? Also ich habe Boris Becker kennengelernt, da hatte er gerade Wimbledon gewonnen. Und ich war selbst noch etwas jünger, logischerweise, und ein Lokalreporter in München. Und wir haben aus einer Gastwirtschaft nachmittags um halb vier den Anruf gekriegt, bei uns, Dr. Boris Becker. Und die haben natürlich gehofft, jetzt kommt ein Reporter vorbei. Und dann schreibt er über das Lokal, das war das Lokal Spöckmeier, das damals dem Wiesenwirtssprecher Richard Süßmeier, den Napoleon der Wiesenwirte, gehört hat. Der hat er auch angerufen. Und dann wurde ich von meinem Chef dahin geschickt. Jetzt machen wir ein Interview mit dem Boris Becker. Und dann kam ich da rein, oben in den ersten Stock. Und dann saß da ein junger Mensch, etwas verschüchtert, mit einem anderen jungen Menschen. Und ich habe dann gesagt, hallo Herr Becker, mein Name Lewandowski und so. Und er hat mich angeguckt und hat gesagt, darf ich Sie um eins bitten? Ich treffe jetzt hier gerade mal einen Freund. Und es ist einfach so schön, mal endlich meine Ruhe zu haben. Und es wäre ganz, ganz toll, wenn Sie jetzt einmal über den Shuttle springen würden. Und dann bin ich wieder gegangen. Ich habe einen riesen Anschiss von meinem Chef gekriegt. Aber ich hatte ein gutes Gefühl dafür dabei. Und Boris Becker hat irgendwann mal gesagt, mit dem Wimbledon-Sieg ist der junge Boris Becker gestorben, der aus Leiden gekommen ist. Und es wurde eine neue Figur aufgebaut. Die hat er selbst mit aufgebaut, das ist vollkommen klar. Aber Spätpubertierender mit vielen Entbehrungen. Er hat viele Berater gehabt, auf die er nicht immer hören wollte. Das ist auch alles ganz, ganz schwierig. Aber er ist von der Öffentlichkeit komplett vereinnahmt worden und konnte keinen Schritt gehen. Er hätte sich aus diesem Geschäft rausziehen müssen eigentlich. So wie es Steffi Graf gemacht hat, die ihr Glück mit Herrn Agassi, der auch ein Geschädigter der Öffentlichkeit war. Und die gemeinsam ihr Glück gefunden haben. Deswegen will ich ihn nicht verteidigen. Aber so immer unter diesem Druck zu stehen und auch die Sucht immer wieder nach der Öffentlichkeit zu suchen. Und unsere Gesellschaft ist halt, wie Herr Döpfner mal gesagt hat, mit der Bild fällt man im Aufzug hoch und man fällt im Aufzug wieder runter. Das ist halt ein knallhartes System. Die Verehrung und Bewunderung für Prominente und Stars ist in Frankreich anders, in Italien anders. Das heißt, da sind wir speziell und das ist auch kein Vorurteil, dass wir immer noch in so etwas wie einer Leidgesellschaft tatsächlich leben und uns auch dann an dem Niedergang von erfolgreichen Menschen gerne ergötzen. Eine Frage an den Insider. Kriegen eigentlich Prominente für solche Storys Geld, wenn die irgendjemanden anrufen und sagen, ich habe eine neue Freundin, weil ich fahre jetzt dahin in Urlaub, kannst du dich mal in Badehose oder im Bikini fotografieren? Gibt es dafür Kohle oder machen die das tatsächlich nur, um sich da abgelichtet zu sehen? Oder machen die das, um ihren Marktwert zu erhöhen und dann Werbung verkaufen zu können? Also natürlich gab es immer wieder die Gelegenheit, für solche Menschen Geld zu verlangen und die haben sie auch in der Vergangenheit bekommen. Das war dann halt eine Einstellung des Blattmachers. Als ich die Gala gemacht habe, hieß es immer, wir kommen nicht durch die Hintertür, sondern wir kommen durch die Vordertür. Und wir bezahlen auch nichts. Wenn Geld gefordert wird, dann verzichten wir lieber auf die Geschichte. Mittlerweile sind Prominente aber auch anders sensibilisiert, weil sie extrem darauf achten, dass ihre Privatsphäre gewahrt bleibt. Und es entsprechend juristische Beratungen gibt, wie zum Beispiel Christian Scherz, der ja bundesweit bekannt ist und der seinen Mandanten immer wieder, wir haben auch zusammen mal Workshops gemacht, immer wieder davon abrät, gegen Geld oder aus irgendwelchen anderen Gründen privat irgendwie in die Medien zu gehen. Auch Politikern übrigens abrät davon, weil wenn sie dann mal in Anführungsstrichen abgeschossen werden und es wird über sie berichtet und sie fühlen ihre Privatsphäre verletzt, dann wird ein Richter immer sagen, aber Moment mal im Verhältnis, sie haben damals und so weiter und so fort. Und so schaffen die sich selbst schlechte Karten. Deswegen ist dieses Geschäftsverhalten eigentlich sehr, sehr rückläufig. Es gab eine große Schlagzeile in der Zeitung mit den großen Buchstaben. Das ist das Gefängnis, in dem Boris Becker sitzt, in dem soll schon Jack the Ripper gesessen haben. Und ich habe mir diese Schlagzeile angeschaut und wusste, irgendwas stimmt da nicht, aber es fiel mir nicht ein. Bis meine Frau dann sagte, niemand weiß, wer Jack the Ripper ist, schweige denn, dass er verurteilt wurde. Typische Bildschlagzeile, oder? Naja, man versucht ja jetzt über dieses Gefängnis, also wirklich ein Horrorszenario aufzubauen. Gefängnis ist halt immer, ich war nur einmal auf Besuchen einem Untersuchungsgefängnis innerhalb einer Besuchergruppe. Das hat mir schon gelangt, hier in Hamburg. Das ist mit Sicherheit nicht schön, das jetzt noch weiter schwarz zu malen, finde ich ganz, ganz schlimm. Ja, und auch da sollte man ihn mal in Ruhe lassen, weil auch Medien haben ja eine Verantwortung. Der Mann hat Kinder, zum Teil auch junge Kinder und das muss ja alles nicht sein. Viele Kinder, viele Frauen, genau. Einer von uns. Es gibt auch andere Politiker, die haben noch mehr Frauen und noch mehr Kinder gehabt. Darüber reden wir beim nächsten Mal. Ja. Danke für heute, Herr Leber-Nachtel. Sehr, sehr gerne, Herr Leber-Nachtel. Bis dann. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.